Hier bekommt man den EP-Teiler. Hallo, Sereka! Ist der EP-Teiler wieder so OP? Mach ich den Dex voll? Ähm, weiß ich noch nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich würde aber dann ein verdammt langer streamen. Vielleicht, wenn ich den Pokédex vollkommen voll machen will. Ich würde dann noch einen Riss für viele. Ich würde das nicht irgendwie wieder so hoch wie du spät er. Ich würde mich auch noch mal an den anderen, wenn es nicht mehr so ist. Ich würde das nicht sagen. Ich würde mich auch noch einmal an den Kopf kommen. Ich würde mich einfach deutlich machen. Ich würde mich auch noch einigen, dass ich noch nicht so höre. Ich würde mich auch noch einmal an. Ich würde mich einfach nicht vermutigen. In an White. Viel Spaß Mimosa. Ahm. Ohm. Ahm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nehmen wir an, du hättest sechs Pokémon im Team. Wenn du jetzt ein weiteres fängst, wird es automatisch in das Lagerungssystem gesendet. Nicht schlecht. Ja, das war ein guter Kampf. Danke. Du kannst mich jederzeit ein weiteres Mal zum Kampf herausfordern. Ich freue mich schon sehr darauf, dich und dein Team wiederzusehen, wenn ihr Stärke gewonnen seid. Du kannst mir auch später ein Hitromi geben, Fight Table. Ja. Vielen Dank für alles. Na, wink, Mimosa, Lille. Du, 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 du. Werde ich diesmal im Pokémon nach Lille? Aber natürlich. Wie ist denn mein Freundescode? Äh, werde ich bei Gelegenheit rausbekommen. Na, wenn das mal nicht Navig ist. Dann ist mit dem Umzug alles glatt gegangen. Ich hab Möps nicht, ich mag Navig mehr. Aber was stehen wir eigentlich hier herum? Lass uns in der Arena in aller Ruhe miteinander reden. Mir nach, Navig. Sag mal, hast du es etwa allein hierher geschafft? Wow, ich bin schwer beeindruckt. Hey, du hast ja schon ein Pokémon-Team. Na, das ist die Sache klar. Du willst bestimmt in meine Fußschat ab und als Trainer treten, da hab ich recht. Da bin ich ja schon mal gespannt. Entschuldigung, ich hätte gerne ein Pokémon. Hä? Ach, du bist Heiko, nicht wahr? Ja, genau. Ich ziehe ab heute für eine Weile zu meinen Verwandten nach Wiesenflur und hätte gern ein Pokémon als Begleiter. Sie wissen schon, damit ich mich dort nicht so einsam fühle. Aber ich hab leider noch nie ein Pokémon gefangen. Ich weiß noch nicht mal, wie das überhaupt geht. Aha, verstehe. Hast du das gehört, Navig? Hilf Heiko doch bitte, dabei ein Pokémon zu fangen. Hier, Heiko, ich leine dir eins von meinen Pokémon. Oh wow, ein Pokémon! Und diese Pokémon bekommst du gleich noch dazu. Gib dein Bestes. Habt ihr mit Navig geschlafen oder was? Na, wer weiß. Bitte bleib kurz hier und sag mir, ob ich beim Fang auch alles richtig mache. Wow! Aber wir werden sehen, ob ich Pokémon-Wettbewerbe mache. Wenn sie mir in jeder Generation aus welchem Grön auch immer Spaß machen, dann schon. Sehr, sehr krass. Immer wieder so schnell. Immer wieder so experiencia. Ich koche, dass wir gerade zusammenarbeiten und dann noch nicht so viel drauf. Jetzt leben ja noch und so viel drauf bei dir. Car und da so viel drauf, BEE-GGE. Ich bin classe,ς Kalund nicht so gut, dass ich es nicht so gut ist. Wow, ähm! Du bist dann der Wettbewerbe. Das ist ja kein Mensch ist. Ich war eine Musik. Ich bin halt so gut. Ich bin DENNIS, du bist. Unser plötzlich verfasante. Ich bin jetzt so gut. Mach ich dann jeden Tag ein-Stream, das ist für's Erste der Plan. Und mach's gut, Sereka. Ah, Austrago noch viel mehr, so steuerst du in meinem Buch. Ich muss zu Hause, bis bald. Ah, meine Nase. Hab ich ne Freundin, Navig? Ja, Mimosa und Lille, das sind meine Freundinnen. Nicht weit von hier befindet sich ums Metaros City, dort sollen es 14 existieren und die Arena Felicia rauskommen. So, äh. Mein Besten Willen, meine Nase zwingt mich hier für heute Schluss zu machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr doch im Chat bleiben und ich hasse jemanden. Aber dann müsste ich jemanden finden. Ansonsten vielen Dank für alle, die zugeguckt haben. Und, ähm. Aha. Und, ähm, gucken wir, ob ich hier noch was finde. Ansonsten, falls doch irgendwer schnell ne Frage hat, dann jetzt wagen oder gar nicht. Den Freundschafts-Code kriege ich dann auch bis morgen raus. Ja, im Chat bleiben kann ich auch noch nur meine Nase sagen. Hier, Schluss für heute. So, was haben wir denn hier? Den deutschen Stream. Ähm, den deutschen Stream mit Zelda Ocarina of Time, wie es aussieht. Ich weiß nur noch nicht, welchen ich davon nehmen will. Hier ist einer mit Facecam. Und dann, ähm, nehmen wir den. So, ich werde jetzt noch einen Stream hosten. Wenn ihr wollt, guckt ihr den. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich gehe dann fürs erste offline. Und wir sehen uns morgen höchstwahrscheinlich ab 8 Uhr. Bis dahin. Ciao.